Das ist gut, muss ich sagen. Das können Sie normal nicht ausgehen. Nein, da ist jetzt richtig schnell. Die Haare trotz und breit. Wenn ich da jetzt aussteige, ist Peter warm. Aber er kämpft. Jetzt kriegt er nieder. Jetzt ist es aus. Das wird jetzt interessant. Ich frage mich. der Привет! Vielen Dank.